Hallo liebe Läuferin, ich möchte dir jetzt diese richtig schicke 2-in-1-Tempo-Laufshort von Nike vorstellen. Sie ist eine tolle modische Kombination aus einer locker sitzenden Short und einer darunter innang liegenden Tide. Durch die Tide kann es nicht so schnell zu scheuer Stellen kommen und du hast beim Laufen immer ein angenehmes und sicheres Gefühl. Die darüber liegende Laufshort ist extrem leicht locker und luftig. Die Dryfit-Funktionsfaser garantiert Atmungsaktivität und leitet den Schweiß immer direkt vom Körper nach außen weg. Gerade bei kurzen Hosen hat man als Läuferin ja oft zu wenig Platz zum Verstauen von Utensilien. Das wird dir bei dieser Short nicht passieren, du hast hinten eine Reißverschlusstasche und eine kleine Innentasche. Das Mesh-Material an den Seiten sorgt für eine zusätzliche Belüftung und Atmungsaktivität. Kombinieren kannst du die Short natürlich mit den Textilien aus der gleichen Nike-Kollektion. Und wenn du nicht so sehr auf Rot stehst, dann schau dir doch mal die anderen Farbkombinationen an. Du bekommst diese tolle Nike 2-in-1 Laufshort in deiner Runnerspoint-Filiale oder hier online unter www.runnerspoint.com.